Neues Maduro-Dekret, Weihnachten in Venezuela schon im Oktober. In einem überraschenden Schritt hat die venezolanische Regierung unter Präsident Nicolás Maduro ein neues Dekret erlassen, das den Beginn der Weihnachtszeit erheblich vorverlegt. Bereits ab Oktober sollen die festlichen Vorbereitungen offiziell beginnen, was in dem vom Präsidenten geprägten sozialistischen Land für gemischte Reaktionen sorgt. Diese Entscheidung betrifft nicht nur den Regierungsalltag, sondern auch die Traditionen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Landes. Das erwähnte Dekret sieht vor, dass öffentliche und private Einrichtungen ab dem 1. Oktober mit weihnachtlichen Dekorationen beginnen dürfen. Straßen und Plätze sollen festlich geschmückt werden und die venezolanische Bevölkerung ist aufgerufen, sich an dieser vorgezogenen Feierlichkeit zu beteiligen. Beobachter vermuten, dass dieser Schritt als Versuch interpretiert werden kann, eine optimistische Stimmung in der von Krisen geplagten Nation zu fördern und den Fokus von wirtschaftlichen Schwierigkeiten abzulenken. Ein Regierungsvertreter erklärte, dass die vorgezogene Weihnachtszeit als Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts in schwierigen Zeiten angesehen werden solle. Laut dem Minister für Tourismus sollte diese Initiative nicht nur die Seelen von Familien beleben, sondern auch den Tourismussektor ankurbeln, der in den letzten Jahren stark gelitten hat. Es wird hingegen befürchtet, dass die reale wirtschaftliche Situation in Venezuela nicht durch festliche Maßnahmen verbessert werden kann, da die Preise für grundlegende Güter und Dienstleistungen weiterhin in die Höhe schießen. Unter den Venezolanern selbst gibt es gemischte Reaktionen. Einige freuen sich über die Möglichkeit, die festliche Stimmung bereits im Oktober genießen zu können und dem Alltag für eine Weile zu entkommen. Andere hingegen sehen in diesem Schritt eine reine PR-Maßnahme der Regierung, um von den akuten Problemen des Landes abzulenken, wie der anhaltenden Hyperinflation und der weit verbreiteten Armut. Ein Anwohner kommentierte skeptisch, dass Weihnachten nicht nur mit Dekorationen und Feiertagen zu tun habe, sondern auch mit der Möglichkeit, diese festliche Zeit angemessen zu verbringen, was in der aktuellen wirtschaftlichen Lage für viele nicht möglich sei. Auf dem internationalen Parkett wird das Dekret ebenfalls kritisch betrachtet. Analysten weisen darauf hin, dass Maduro mit dieser Entscheidung versucht, das nationale und internationale Image seines Regimes zu verbessern. Tatsächlich könnte die vorzeitige Weihnachtszeit ein Versuch sein, ein Gefühl der Einheit und Freude zu schaffen, während das Land weiterhin um grundlegende Dienstleistungen und die Wiederherstellung des Wohlstands kämpft. Der wirtschaftliche Druck und die soziale Unruhe werden voraussichtlich auch nach diesem Dekret bestehen bleiben, was Fragen zur langfristigen Wirksamkeit solcher Maßnahmen aufwirft. Zusammenfassend zeigt diese neue Regelung, wie stark politische und gesellschaftliche Aspekte in Venezuela miteinander verwoben sind. Ob das vorzeitige Weihnachtsfest tatsächlich zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen beitragen kann oder ob es lediglich eine kurzlebige Illusion ist, bleibt abzuwarten. Die venezolanische Bevölkerung wird mit Realität und Hoffnung konfrontiert, während sie sich auf das Weihnachtsfest vorbereitet. Autor Anita Farke, Mittwoch, 4. September 24 1, 6.